Musik Ja meine Freunde, jetzt mal als Grux unterwegs. Ob ich in die Juggle komme oder dich, zeigt uns gleich das Licht. So, kann ausfehlen, Schlüssel des Henkers, schönen guten Tag. Und zuerst auf Rechtsklick. Ich nehme einfach mal an, dass Mr. wahrscheinlich in den Jungle will. Ja, ist klar, die Jungle Bubz. Orange geht nach rechts. Du gehst zum rechten Pfad? Ich hab gedacht, du bist Jungler. Was möchtest du mir jetzt erzählen? Er geht tatsächlich auf die rechte Lane. Na gut, mein Freund, dann wird ich junglen. Aber das macht eigentlich wenig Sinn. Obwohl ich das natürlich auch kann, ich hab jetzt nicht das Jungle Deck genommen. Wenn du kannst, kannst du mir unten mal helfen. Bei dem... Bei dem roten Buff. Bitte. Jo, komm mal. Ich fang schon mal. Mach den Clan mal weg, da. Schulter reichen. Jo, danke. Jo, die linke Seite wird schon wieder hart umkämpft. Los, 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 und noch mal, und rauf auf die 12. Jo, die linke Seite wird schon wieder hart umkämpft. Ja, ich hätte bei meinem Jungle Deck jetzt noch Lifesteal dabei, aber da das ja nicht der Fall ist, muss ich jetzt improvisieren. Ich werde jetzt eben schnell noch den Dings holen hier. 8, 7, 3, 2, 1, 0, komm. So, rechte Seite rüber. Wichtig, immer schön die Sammler aufstellen als Jungle, immer schön machen. Ah, macht das. So, zwei stehen. So, und wir machen weiter mit dem Verpuffungskolben. Und dem Level ab. So, linke Seite werde ich jetzt mal ein bisschen supporten gehen. So, wen haben wir denn da? So, jetzt verflüchtigt die euch wieder ganz schnell wahrscheinlich. Unnötig. So, jetzt verflüchtigt die euch. So, die denken jetzt, ich renne zurück zum Turm, aber das mache ich nicht. Ich gehe zurück zum Dingensens hier. Oh, da steht schon was. Oh, ein roter. Martin. Ja, was soll ich machen? Ich hasse geht ihr mit dem Treszenen auch. Komm, ging mir nicht an. So will er jetzt wieder aufstellen Vermutlich Nee, doch nicht Na dann mach ich das Okay, da ich aber ohne Mana nichts wert bin ford ich mich mal lieber schnell zurück So Weiter geht's Oh, links ist jetzt ja gar nicht, du bist schon unterwegs, mädel Rechts müsste ich auch noch ein aufstellen, aber ich kann auch noch mal links Ehrlich jetzt, der hat auf der linken Seite den Harvester wieder down gemacht Mein Gott, musst du Typ Langeweile haben Möchte so viel Langeweile hätte ich mal Ach, die Typen nerven da drüben Fuck you Ist ja weggeportet, der Sack Da kommt noch einer mit low life Schade 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 Pass auf, geh weg Geh zurück Schade 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 Welcher jetzt? Der rechts. Wenn du Zeit hast, bitte mal kurz mitkommen. Wenn du defen kannst. Okay. Unterwegs. Ich hab halt keine Mana mehr. Das ist für'n Arsch. Komm zurück. Sehr gut. Komm her. Erstmal, und die unterbrochen? Naja, das geht ganz gut. Bleib hinten. Du bist jetzt One-Shot für den. Ganz hinten. Der kann übelstwert schießen, der Typ. Geht verrückt. Ja, mach mal eben. Musst aufpassen, kein Mera fehlt. Oder so. Hm, hm, hm. Hahaha. Toil, jetzt muss ich übertrieben lange auf dich warten, hier. Loll. Loll. Ach, das ist unsere Fae. Oh, hab ich mich grad verjagt. Hat nicht gereicht, wa? Vogel. Das ist ein Sack. Einer hat versucht, meinen Harvester kaputt zu machen. Links unten. Ich geh'n. Schaff's dat? Naja, du bist nicht schneller da als ich. Nö, dat stimmt. Das ist ein Sack. Ja, Praline, du bist ein bisschen spät hier jetzt. Sieh zu genau, dass du den Sammler da einnimmst. Zieh dich lieber wieder zurück, so wie ich. Oh man. Kacke. Ich hasse es, wenn ich einen anderen Krux auf meiner Lane habe. Irgendwas haut hier jetzt nicht hin. Warum habe ich eine Macht, einen Machtpunkt übrig? Hm. Irgendwas habe ich falsch ins Deck geknallt. Ach, jetzt sind sie zu dort auf einmal. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Wo kommen die Platt? Nein, das ist nicht zu steh. Der Light Tower ist unter. Wo kommen die Platt? Wie geht es? Das war's für heute. doch scheiße gucksum und hoffen nur hin ich würde kommen sie aus helfen genau auch schon wieder mal wie schnell ist er da links unten und sie ist schon wieder dauernd wenigstens ja da klaut mir noch den kill ich habe gleich selbst noch gekühlt ja ist wie einfach der rauslaufen kann es ist so unnummer da bin ich bekommen sehen ja 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 klar ja das ja 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 Oh mein Gott! Die Anwärmung ist unter dem Anwärmung. Ey, wir haben in der Mitte bloß einen Tower down? Nein. Ja, die andere da rauf hat. Nee. Ach so, das meinst du. Ja, ich weiß. Jetzt weiß ich was du meinst. Nicht zu weit verfolgen, lass es. Der kommt eh weg. Martin. Schade. Vielleicht ist er unvorsichtig und bleibt auch von der Mitte stehen. Bin ich aus dem Jungle gekommen. Kann man ja mal gucken. Nö. Ist auch nicht. In der Mitte. Ah. Ah. Ja, machen die auch zu dritt. Nee. Ach, es ist doch zum Kotzen. Hm. Hm. Ach so, es geht. Ach so, es geht. Ach, es geht. Schaut auf. Schaut auf. Schaut auf. Schaut auf. So. Keine. Ach, ich habe die erste. Das war's für heute. Boah, wundermal hier, was hier abläuft, ne? Ich brauch'n Punkt. Ein fucking Punkt. Geht's hier wie mir. Danke. Ich geh mal rechts. Ach, hat mir noch nicht erreicht. Jo. Er musste es ja die ganze Zeit verteidigen rechts. Und dann... Weißt du? So auf Krampf, anstatt einfach dann links zu verteidigen oder in der Mitte. Nein, auf Krampf muss der vorderste rechte Tower gehalten werden. Totaler Bullshit. Was zum Teufel tust du hier? Du... Oh, die geht hier junglen. Seh zu, dass du deine linke Lane gepusht kriegst. Mein Gott, echt. Die musste ich an die Hand nehmen, die Leute. Die Mitte. Mein Gott, Mitte ist da. Push nicht zu weit rechts. Äh, Aladdin fehlt hier. Der geht hin. Der geht hin. Klaaaaaar. Und die so schnell bitteschön schon anbaust. Ey, das geht doch ja nicht. Ist doch... Ach, das war schwer, die alle zu kotzen. Bestimmt hier 50 und, äh, wer weiß wie wo im Deck. Ach, der hatte einen roten Buff dabei und hat trotzdem geloost. Ich glaub da ist mein Deck besser gewesen. Oh, hallo Aladdin. Du stehst jetzt auf meiner Abschlussliste. Ich komme, um dich zu holen. Mhm. Oh nein, er rennt zu früh weg. Er darf noch nicht wegrennen. Nein. Er hat den... Er hat so ein Schweine. Kurz bevor ich ihn hatte gerade, ne? Seht zu, dass ihr die Tower knackt da jetzt. Meine Minions. Sehen sie zu! Fähren alle. Tja. Trotzdem gefallen. Kannst du deine Ulti verwenden, wie du willst. Ich brauche einen Punkt. Oder? Ne. Was mach ich denn? Renn, 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 nicht dich attacken, renn. Du, der haut dich sonst um, Mann. Boah, Schweine, hab das der sein Stein geworfen hat. Mehl, 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 mehl. Kann's nicht sein. Oh. Und du bist tot. Das gepusht, ne? Warum push du denn? Push the button. Push the button, babe. Ah. Rechts. Oh, nein. Oh, lol. Fick dich. Rennt ihr schwachen Mann doch wieder nicht hinterher hier. Oh, mein Gott. Da oben links viel zu doll, anstatt einfach mal zurück zu gehen, weißt du? Jetzt... Ah, ne. Als ob du hier mit Anfängern spielst. Ich hab nicht geguckt. Kann sein, dass ich wieder Bronze bin, ne? Dann kannst du dir das schauen. Ah, die Dings ist ja in der Mitte. Die Dings ist ja in der Mitte. Die Dings wollte ich grad sagen, hier. Krux. Geht rechts. Ein Jungle rein. Ne, der ist immer noch da. Okay. Jetzt könnte sein, dass er rüberkommt. Jetzt könnte sein, dass er rüberkommt. Jetzt könnte sein, dass er rüberkommt. Back. Das heißt, back. Komplett. Einfach jetzt laufen, laufen. Nicht laufen musst du. Oh, alter. Guck mal hinter dich. Ja, ich sag's umsonst. Bist du so konzentriert, dass du nicht hörst, was ich sage? Doch. Was cool ist. Was cool ist, wenn ich tot bin, sehe ich ja ein bisschen mehr als du. Mhm. Okay. Und die sind gerade beim Inhibitor... Naja, weil du guckst manchmal ja nicht genau auf die Karte. Und gerade als du B gedrückt hast, sind die beim Inhibitor nach unten gelaufen. Und ich wusste, dass es zeitlich nicht klappen kann. Zum Glück sind die Lanes nicht so doll gepusht von denen. Die Rechte müssten sie sich vornehmen. Die können natürlich auf die Link jetzt einfach zurückdrücken. Aber unsere Seidenschnabel tut sie da rechts, sie wird das eh nicht hinkriegen. Deswegen gehe ich mal mit nach rechts. Die ist 14 und verkackt gegen jeden, auf den sie trifft bis jetzt, ne? Das ist bei mir momentan nie anders. Ja, aber bei mir sitzen sie meistens nie alleine. Naja, ich meine ja, die war auf der linken Lane ja immer alleine. Mhm. Aber die hat es trotzdem nicht geschafft, allein gegen... also allein gegen einen. Da waren nicht mehrere bei ihr. Link. Links. Links, 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 links. 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 Ach fuck you ey Kommt wieder untern anderer Seiten schnappel hinterher Yo Ja unser Team kriegt sich ja auch nicht gebacken ne, da kann man auch nicht mehr helfen Waren wir nicht alle links gerade? Hm Jaja Drei sofort Gedean ist doch so gut wie down gewesen dann nicht Man Schlechtes Croak Mhm Das kann es nicht sein ne? Auf jene sind die down ey Heilige Scheiße ey Das macht die gleiche Scheiße Ich würde den Croaks alleine fertig machen Es kommt immer wieder einer aus dem Busch Den siehst du vorher nicht auf der Map aber er ist da Ich versuche jetzt rechts zu pushen Es sind noch drei andere da Ja linke lane sieht schwierig aus Ich weiß nicht ob Faye das hinkriegt die sieht irgendwie chronisch überfordert aus Aber die Mitte müssen wir richtig aufpassen da braucht eigentlich nur einer kurz rein rennen Mhm Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Das war's für heute. Da kommt einer zurück jetzt, ne? Pass auf, der ist schon da. Das ist schon da. Rechts bist du down oder was? Okay, rechts pushen wir zurück. Die machen den Kern wieder. Oder auch nicht. Ich muss zurück, 33 Leben noch. Ja, 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 hau ab. Schön, rennen, immer rennen, immer rennen, immer rennen. Ja, ja, ja. So, ich werde mal Mitte zurück pushen. Guck mal, wenn ich da den Inhab down kriege mit Ulti. Ja, 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 ja. Nice. Ich gehe links. Okay. 17 Sekunden, bis Dings wieder da ist und der andere guckt, pass auf, jetzt wird es brenzlig. Wenn es geht, halt nicht sterben. Lieber auf eine andere Lane verteilen, wenn du siehst, dass es aussichtslos ist da. Aber was sie auf keinen Fall können, anscheinend, ist die Lanes switchen. Da sind die ein bisschen zu blöd für. Mhm. Ich gehe mit Ulti glären. Na gut, jetzt bin ich tot, aber in Himitas. Schon mal gut. Ich muss aufpassen, dass ihr die Mitte nicht... Oh ja, geil, rechte Seite auch. Ja, ob er down ist, weiß ich nicht. Der down nicht, aber die kriegen das Ding auf jeden Fall ein bisschen runter. Aber ein bisschen... Das Ding ist ein bisschen runter. Ich gehe mit Soll ich die rechte Line ein bisschen pushen? Nee, nee, warte, ich bin schon unterwegs zu rechten. Ja, mit Ulti dann drin im Tower und so. Ja, gut, der Mic links. Ja, gut, ich bin schon unterwegs. Komm schon. Er hat mich da umgekriegt, der hat Dev drin. Ich bin viel zu oft gestorben. Aber ihr kriegt das Ding runter. Ich bin auch dort. Ihr macht das, Jungs, ihr macht das, ihr schafft das. Nein, ihr schafft das nicht. Ihr seid zu doof. Oh, die fehlen. Scheiße, acht Prozent, pass auf. Die können, scheiße, Backdoor könnten die jetzt versuchen. Ja. Ja. Da muss... Du musst... Du musst gleich... Nee, wir haben keinen mehr. Ja, ich gehe gleich durch Jungle durch. Nee, nicht zur Jungle. Mitte. Und rechts. Die pushen jetzt hier übel. Die Lanes sind eigentlich noch ganz gut. 28. Mit können sie nicht. Links oder rechts. Rechts werden sie wahrscheinlich nehmen. Mhm. Nee, einfach durchfliegen. Wie viel hat er noch? Nee, nee, das brauch... Ja, du hältst das... Ja, aber... Dings steht in der Mitte. Rechts musst du als allererstes hin. Nein. Er ist jetzt gerade noch bei Mobs. Jetzt geht er zum Inhibitor. Na, der fällt. Definitiv fällt er jetzt. Der wird fallen, ja. Na, wenn ich Glück hab, krieg ihn noch verteidigt. Aha. Der fällt zu schnell bei dem Schaden. Mhm. Sag ich ja. Ob ich Backdoor versorgen soll? Ja, deswegen hab ich ja gesagt. Es sind bloß nur 6%. Ja, die verteidigen das Ding jetzt aber auch wie Sau da in der Mitte. Ja, jetzt haben sie sich Prime geholt. Ja, erstmal wieder ganz normal vorgehen. Rechte Seite. Hä? Ja, die werden ihren jetzt schützen wie Sau. Da komm ich nie, dort nie und nimmer durch. Ah, das kannst du vergessen. Chimera aided ist. Wenn der immer dran ist, ist er dran. Bist du hier ran? Ja. Puh, jetzt hab ich ja ganz kurz mal Angst gehabt, dass wir was verlieren könnten, ne? Puh! Ja.